der perfekte depotmix gibt es den überhaupt ja und wir werden gleich darüber sprechen entscheidend ist aber dass anleger einen fehler immer wieder und wieder und wieder machen und dieser verhindert ihren langfristigen erfolg auch darum geht es in diesem video schaut euch an ich begrüße euch ganz herzlich und hoffe es geht euch gut ja heute wollen wir über das perfekte depot sprechen ich werde euch am ende natürlich sagen was aus meiner sicht eine gute zusammenstellung ist wie ich es also selber mache ich möchte aber vorher darüber sprechen wie macht es eigentlich die nummer eins in der branche und die ist relativ klar zu benennen ray dalio ist der gründer von bridgewater associates ich habe euch hier auf dem kanal zum beispiel schon mal ein buch von ihm vorgestellt also der name ist euch nicht ganz fremd er verwaltet also beziehungsweise sein team den größten hedgefonds der welt ihr braucht gar nicht zu googeln der fonds heißt allweather fund und die eintrittsbarrieren für privatanleger liegen sehr sehr hoch also ein paar millionen anlagekapital muss man da schon mitbringen die meisten investoren sind institutioneller art das heißt pensionsfonds und so weiter so nun könnte man natürlich meinen so ein allweather fund für die oberen 10.000 und das global betrachtet der bringt jedes jahr mehr renditen denn deswegen werden ja schließlich die reichen immer reicher weil sie in irgendwelche anlageklassen investieren können an die wir gar nicht rankommen dem ist nicht so ich möchte euch mal die renditen der letzten jahre dieses ja all star allweather fund vorlesen im jahr 2012 beeindruckende 15 prozent ihr müsst immer daran denken der fond ist mit etlichen milliarden und milliarden im markt investiert der kann also nicht mal eben von einem tag auf den anderen aus einem markt aus oder einsteigen das ist immer noch ein wichtiger hinweis der mit einem 5000 euro depot ist eine rendite leichter zu erzielen als mit einem 50 milliarden depot 2013 ein minus von vier prozent 2014 ein plus von 7,5 prozent 2015 ein minus schon wieder von sieben prozent die aktienmarkte waren in diesem jahr übrigens nicht im minus 2016 ein plus von zehn prozent 2017 das sind die daten von november die ich gesehen habe plus sieben prozent 2017 also ein plus von sieben prozent das aber enttäuschend oder schließlich hat der us-markt ja dreimal so viel zugelegt und selbst der deutsche markt hat doppelt so viel zugelegt also ist der allweather fund jetzt vielleicht doch eher ein rohr krepierer oder sind die ansätze andere sind sie im allweather fund der im übrigen ja im jahr 2008 als die märkte zwischen 40 und 60 prozent verloren haben hat er keinen verlust also ich meine er war um die null prozent herum null prozent kein verlust während alle anderen mehr als die hälfte verloren haben da erkennt ihr schon was der wesentliche grund ist warum so viel geld in diesen fonds rein fließt es geht nämlich für viele nicht darum von heute auf morgen steinreich zu werden sondern wenn man vielfacher milliardär ist oder man verwaltet die pensionsgelder von millionen von menschen dann möchte man gut schlafen können und das heißt eben auch dass man nicht befürchtet innerhalb eines jahres die hälfte seines kapitals zu verlieren der ansatz in diesem depot der lautet ja ganz konkret risk parity risk parity könnte man auf zweierlei arten übersetzen zum einen mit diversifikation die scheint ja sagen wir mal momentan ein klein wenig unmodern zu sein also ich lese durchaus kommentare nicht jetzt unbedingt auf meinem einkommen kanal sondern auch in anderen foren oder wenn man in börsenzeitschriften liest also da heißt es immer wieder wenn man überzeugt ist von einer anlageklasse dann sollte man dort auch investieren es gibt also offensichtlich viele anleger die sagen edelmetalle gold und silber das ist das wahre alles andere wird zu staub verfliegen oder dann gibt es natürlich auch bitcoin oder kryptowährungsinvestoren auch die sagen sehr häufig das ist das einzig wahre alles andere ist old fashioned ist altes system das wird zusammenbrechen ihr werdet schon sehen investieren also auch nur in eine anlageklasse also mehrere kryptowährungen zu investieren ist auch eine art der diversifikation und genau richtig aber man befindet sich weiterhin in einer anlageklasse oder man sagt nur in aktien vielleicht sogar nur in amerikanische aktien denn die sind es die in den letzten zehn jahren am stärksten zugelegt haben oder auch das gibt es und diese investoren denken sie machen es ganz sicher ich gehe nur in dividenden aktien oder wie es auch so schön heißt burggraben aktien das ist dann ein synonym dafür dass die das geschäft dieses unternehmens nicht angegriffen werden kann weil sie eben durch ihre leistung so emporstechen oder so gut im markt positioniert sind dass sie diesen burggraben um sich herum gezogen haben also auch nur in dividenden aktien zu investieren das wird der ein oder andere spätestens dieses jahr gemerkt haben ist keine diversifikation oder nur in immobilien und so weiter und so fort risk parity bedeutet diversifikation und es bedeutet dass man einen korb von risiken zusammenstellt die eine möglichst geringe korrelation zueinander haben das heißt eigentlich risk parity ein einfaches beispiel nehmen wir an jemand möchte nur in aktien und nur in anleihen investieren das war früher durchaus gängig man hat gesagt ein teil staatsanleihen und ein teil aktien ist heute deshalb keine gute idee mehr weil staatsanleihen nicht mal eine rendite bringen die dem die die inflation ausgleich so aber nur ein einfaches beispiel wenn man also jetzt 50 prozent staatsanleihen und 50 prozent aktien hat in seinem portfolio ist man dann ein ausgeglichen hat man dann ein ausgeglichenes portfolio natürlich nicht weil die aktien eine viel höhere volatilität aufweisen und weil die rendite aus aktien viel weniger konstant ist als die aus anleihen unter dem strich höher ihr wisst dass aktien für mich ein basisinvestment sind aber sie schwanken natürlich stärker sie sind also sehr viel volatiler als anleihen das bedeutet wenn man streng nach risk parity ansatz gehen wollte dann müsste man den anteil der aktien auf rund 20 prozent einschrumpfen oder zusammenschrumpfen und den der anleihen auf 80 prozent ausweiten ja dann hätte man risk parity weil beide anlageklassen in etwa das gleiche risiko auf das gesamtportfolio ausstrahlen so was nun ray dalio beziehungsweise sein team bei diesem allweather fund machen ist dass sie sämtliche anlageklassen und das sind eine ganze menge permanent untersuchen und screenen dass sie die korrelationen zwischen den anlageklassen sich anschauen und versuchen stets ein portfolio zu haben bei dem die die korrelation möglichst gering ist noch ein beispiel wenn ihr in den dax und in den dow jones investiert dann habt ihr ein portfolio was gemäß der börsenstimmung immer in etwa in die gleiche richtung gehen wird in guten börsenjahren wird das portfolio steigen in schlechten börsenjahren wird das portfolio sinken wenn man jetzt beispielsweise noch einen anteil an emerging markets hinzunimmt dann verändert sich dieses verhältnis bereits denn die emerging markets weisen eine deutlich geringere korrelation zum europäischen und zum us-aktienmarkt auf als us und europäische aktienmarkt zueinander dort liegt die korrelation bei etwa 0,8 die emerging markets haben nur eine korrelation von 0,5 sprich nehme ich die emerging markets mit in das portfolio auf dann sind bereits mein risiko bezogen auf die entwicklung des gesamten marktes nehme ich dann beispielsweise und das war tatsächlich der grund warum ich im jahr 2016 mir einige bitcoins gekauft habe ihr wisst ich habe ein teil verkauft ein teil habe ich immer noch auch wenn es nicht alle interessiert aber ich freue mich immer noch an der kursentwicklung auch wenn es zwischendurch mal runter geht also das ist aus meiner sicht etwas wo die fahnenstange das ende der fahnenstange vielleicht noch nicht erreicht ist aber warum haben mich bitcoin 2016 interessiert weil bitcoin eine korrelation zu gar nichts aufweisen sprich die korrelation vom bitcoin zum aktienmarkt ist praktisch null ja man wird in den nächsten jahren sehen ob eine korrelation zum goldmarkt oder zum aktienmarkt entsteht aber bitcoin sind ein nicht korrelierender markt und das macht ihn per se schon mal interessant deswegen habe ich beispielsweise auch immobilien auch die haben eine korrelation zum gesamtmarkt allerdings eine andere trägheit sind also weniger volatil so wir sind also beim all weather funding jetzt komme ich zum entscheidenden fehler den sehr viele anleger machen ist dieser all weather fund der diversifiziert ist der möglichst geringe korrelation zwischen den märkten sucht ist das jetzt ein rohrkrepierer deshalb nein weil er für die langfristige anlage konzipiert ist und sehr viele anleger die sich beispielsweise jetzt erst dem aktienmarkt nähern oder im laufe des jahres oder im laufe der letzten zwei jahre dazu gekommen sind die haben ja nichts anderes außer steigende aktienkurse kennengelernt so kann es aber nicht immer weitergehen so wird es nicht immer weitergehen langfristig durchaus jede korrektur bzw jeder crash hat sich in 100 prozent aller fälle bei einem crash als kaufgelegenheit dargestellt in den letzten 100 jahren war das so aber zwischenzeitlich kann es natürlich auch mal deutlich runtergehen und der fehler viele anleger ist dass sie dann genau dann verkaufen wer also jetzt im jahr 2017 sagt ich möchte langfristig in aktien investieren ich investiere beispielsweise monatlich oder quartalsweise in echte qualitätsunternehmen was wird der für eine performance im jahr 2017 erzielt haben eine performance die unterhalb der performance des gesamtmarktes lag warum weil er ein diversifiziertes portfolio hat wenn ihr nämlich die performance 2017 in den us-märkten voll mitmachen wolltet also über 20 prozent dann hättet ihr einfach nur einen etf auf fangaktien kaufen sollen facebook amazon netflix google microsoft wer so ein etf hat der war auf der gewinnerseite das waren die aktien die für die performance im jahr 2017 gesorgt haben klar kam da auch noch einige andere zu im russell 2000 zum beispiel sind amerikanische nebenwerte haben von der aussicht auf eine amerikanische steuerreform profitiert alles schön und gut aber wer sagt ich wir hätte mich nicht viel um irgendwas kümmern wollen der hätte einfach diesen etf auf die fangaktien gekauft aber wer diesen etf einfach immer weiter hält der wird natürlich zwangsläufig wenn die korrektur kommt wesentlich härter davon betroffen sein denn das ist ganz normal dass solche wachstumstitel in guten zeiten und sie haben tatsächlich ein sehr gutes wachstum ja hingelegt also eine produktivität und darum geht es schließlich aber wenn die korrektur kommt dann werden sie von der eben hart getroffen deswegen selbst wenn man in richtig guten börsenjahren möglicherweise etwas her hinkt ist aus meiner sicht die diversifikation immer noch der richtige weg es sei denn man betätigt sich als spekulant als trend trader wenn ihr so wollt als jemand der versucht eben ein timing im markt walten zu lassen wenn ihr das also habt dieses gespür dafür wann steigt der markt wann fällt der markt und ihr habt den letzten zehn jahren gesehen ja ich hab's da einfach drauf dann ja dann macht es selbstverständlich so wenn ihr wisst in diesem jahr wird diese branche den aktienmarkt dominieren nur zu wer aber sagt das möchte ich gar nicht ich weiß dass mit aktien langfristig eine gute rendite zu erzielen ist ich möchte aber nicht jeden monat oder jedes quartal mein depot umschichten sondern ich möchte einfach nur in aktien investieren ich beschäftige mich ein klein wenig mit der materie und spare mein depot an der muss diversifizieren und der wird zwangsläufig in solchen boom jahren vielleicht ein klein wenig hinterher hinken aber dafür wird er in den crash jahren auch besser dastehen und er wird eben die langfristige rendite des aktienmarktes erhalten beziehungsweise wenn er die besten aktien kauft dann wird er auch eine etwas bessere rendite erhalten als das was der gesamtmarkt im durchschnitt euch wieder gibt und darum geht es schließlich darum geht es auch für den all weather fund und ein thema möchte ich ganz am ende noch dazu ansprechen und das ist etwas was gerade in deutschland aus meiner sicht absolut missverständlich betrachtet wird denn viele sagen das ist mir alles zu viel aktien und die können auch steigen die können aber auch fallen und ich kann dabei nicht gut schlafen sorry aber ich bleibe bei meinem geld ich lege das auf dem festgeldkonto auf dem tagesgeldkonto aus meiner sicht ist die kommunikation dessen was geld ist hierzulande völlig verkehrt also ich dürfte vermutlich mit irgendeiner behörde würde ich schon ärger bekommen wenn ich hier ganz konkret irgendwelche titel empfehle und sagt ihr müsst die kaufen die steigen auf jeden fall ich darf hier aber sagen freunde geht auf nummer sicher investiert nur in geld das dürfte ich vermutlich sagen obwohl aber wenn ich mein geld mein kapital nur in geld also in fiat money wie so häufig dieser tage gesagt wird investiere dann ist das aus meiner sicht ebenso eine spekulation der einzige unterschied ist dass ich bei geld auf dem girokonto oder unter dem strich auch auf dem festgeldkonto vorher schon sagen kann wie groß wird mein verlust nach inflation sein geld also bargeld geld auf dem girokonto ist keine anlage das einzige was man dort an sicherheit hat ist wie viel ich am ende durch die inflation verlieren werde und deswegen ist aus meiner sicht ein gut strukturiertes portfolio mit einem mit möglichst einem risk parity ansatz soweit einem das möglich ist durchaus eine passende alternative und ich habe euch ja gesagt ich sage euch ich werde euch am ende auch darstellen wie ich das selber mache für die meisten ist es keine überraschung ich investiere in aktien auch noch regelmäßig das bedeutet also ich spare dieses depot an ich habe euch ja mal erzählt das kindergeld geht da immer weiter rein und das schon seit vielen jahren ich habe immer noch ein paar bitcoin ich habe immobilien ich habe physisches gold und silber ich habe sogar versucht mich im kunstmarkt zu engagieren allerdings sehr zurückhaltend denn kunst ist natürlich auf einem ja die preise sind auf extremen niveaus und wenn man da kein echter experte ist dann ist es da relativ schwierig aber im kleinen rahmen habe ich mich da versucht dann habe ich ein paar weine das einzige was ich eigentlich nicht habe sind uhren habe ich ein zwei stück aber das sind keine sammlerwerke dann habe ich ein paar interessante whisky sorten obwohl ich gar kein whisky trinker bin also in sachwerte diversifizieren das ist mein ansatz und das ist auch das was ich empfehle wer sagt ich möchte immer die maximale rendite der ist eben kein langfristiger anleger sondern der ist ein spekulant ich hoffe das ganze ist klar geworden hier waren vielleicht ein paar fachbegriffe die einigen neu sind dann gerne eine frage in der kommentarfunktion stellen und ein anlage eine anlageklasse die tja sagen wir mal in diesem jahr für viele anleger so ein bisschen an attraktivität verloren hat obwohl es bis zum aufkommen der kryptowährung eigentlich die anlageklasse für skeptische naturen war das ist der goldmarkt aber er ist in den letzten tagen sehr schön wieder angezogen steht jetzt knapp unterhalb sehr sehr wichtiger widerstände möglicherweise wird also der aufwärtstrend jetzt demnächst wieder aufgenommen und deswegen möchte ich mir im nächsten video mit euch den besten gold etf anschauen so wenn ihr das nicht verpassen wollt dann abonniert am besten den kanal und wenn ihr solche themen wie die von heute oder auch mal den regelmäßigen blick auf dax gold und silber wenn ihr den nicht verpassen wollt dann ja dann tragt euch am besten für meinen report ein kommt jeden mittwoch das war's für heute her mit den fragen und ich wünsche euch noch einen schönen abend bis dann